Durchfall ist an sich eine sehr zweckmäßige biologische Reaktion, um Stoffe, die der Körper aufgenommen hat, die er nicht verwerten kann, die für ihn schädlich sind, ganz schnell wieder loszuwerden. Bei einem leichten Durchfall ist es durchaus möglich, durch Futterumstellung, durch Kontrolle des Futters eine Verbesserung zu erreichen. Bei Infektionen, bei schwereren Vergiftungen muss eingegriffen werden, weil sonst durch den Durchfall zu viel Flüssigkeit dem Körper verloren geht und dadurch entsprechend Herz-Kreislauf-Störungen, Bauchschmerzen, Koliken zur Folge auftreten können. Bei einem Durchfall haben wir ganz schnelle Ausscheidung von Fotomassen über den Darm. Es ist zu viel Wasser dabei, darum ist das Ganze so flüssig. Der Körper versucht, auch physiologisch, biologisch ganz sinnvoll, möglichst schnell Stoffe loszuwerden, die ihm nicht gut tun. Es wird ganz schnell ausgeschieden und dadurch hat der Durchfall auch seine Berechtigung. Man muss natürlich behandelt werden, man muss schauen, welche Ursache hat dieser Durchfall. Eine chronische Form des Durchfalls haben wir in abgeschwächter Form mit dem Kotwasser oder Darmwasser, wie man auch dazu sagt. Da kommen ganz normal geformte Kothaufen zustande, aber zwischendurch kommt immer mal wieder so ein kleines bisschen braune Brühe aus dem After. Das bedeutet, die Darmflora ist nicht in Ordnung. Der Darm verdaut nicht so, wie es eigentlich sollte. Die Resorption von Nährstoffen funktioniert nicht richtig und da muss auf lange Sicht einfach die Absicht sein, das so zu verbessern, dass alles wieder ganz normal ablaufen kann. Da gibt es eine ganze Menge gute Substanzen, die zum Teil Giftstoffe im Darm binden, die Feuchtigkeit binden. Denken wir nur ganz normal an unsere Heilerde, die immer schon verwendet wurde, bis hin, dass wir das Immunsystem unterstützen, um mit der ganzen Situation fertig zu werden. Prinzipiell gilt auch falsches Futter verursacht durch Fälle. Ungeeignetes Pferdefutter oder verdorbenes Futter. Sehr häufig sind Kraftfuttermengen verdorben, in dem Schimmelpilze sich darauf gebildet haben, in dem angequetschte Körner sehr viel Buttersäure bilden, weil sie zu lange gelagert werden. Schimmel auch im Heu und im Stroh. Es ist nicht immer mit dem bloßen Auge sichtbar, aber wenn Heu beim Aufschütteln sehr, sehr stark staubt und der Staub nach oben steigt, sind meistens Pilzsporen drin, es sind Schimmelpilze drin. Mein Pferd bewusst versorgt. Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com.